Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Wir waren jetzt hier in Setscher, bestimmt. Wir gucken jetzt erstmal nach einer schönen Aufgabe. Ah, ich bin der Meinung, was ist in Europa-Land? Sonstiges, bringen Sie eine Play-Flee-Düse, also was? Hören Sie die Militär-Frequenz ab? Ich bin in meinem Kind eine eigene Schrei-Tro-Retisch, hier. Das machen. Also der Blurfliegen. Der Blurfliegen gibt es mehr jetzt genug. Und... Feuerunterstützer. Oder muss man teleportieren. Oder eine andere Variante. So, ja. Und... Sechsten ausgehst du noch nicht hin, weil's zu schnell ist. Oder ganz einfach mal machen. Wir untersuchen die Gegend weiter. Nach... Keine Ahnung... Gegenständen... Oder... Auch... Andere Dingen. Wäre auch ne Idee. Machen wir das lieber. Und die Blurfliege tun wir nebenbei mit holen. Wir müssen uns einfach ein paar Mal davon verteilen. Was? Was? Ich würde mich nicht mehr aufhören. Göttest du dich? Ich würde mich auch aufhören aus. Was? Also wir erkunden erst mal die weitere Gegend erstmal. Die Karte zu vermeiden. Da ist sogar ne Stadt. Die Stadt ist immer praktisch. Next Sigtem. Die Stadt ist immer gut. Die Stadt ist immer gut. Die Stadt ist immer gut. Sieht aus wie eine... Ich seh da mal ehrlich aus wie als wäre das irgendwie... ...ein Haus gewesen oder ich weiß nicht. Das ist der Loco Joes Keller. Keine Ahnung was das ist. Mal sehen ob es schlimm ist oder ob es gut ist oder ob es mittelhaft ist. Oder ich weiß nicht wie. Oh da ist er auch. Der hat wohl nicht so lange gebudet. Der fährt mit dem Fokal gehört. Der hat sich echt gut hoch heute aber nicht so gut. Aber wie gesagt. Was ist mal damit ausgestattet? Vielleicht kriegt man eine Information, einen Brief oder keine Ahnung. Eine Nachricht sogar von denen. Es kann ja sein. Das ist bzw. vielmehr rum. Einverantwortlich. Gibt es gar nicht zu sein. Ich habe ein sehr unbottes Gefühl. Das gehört jetzt uns. Ich habe ein sehr unbottes Gefühl. Ich habe schlecht ausgemacht. Ich habe ein sehr unbottes Gefühl. Ich habe ein sehr unbottes Gefühl. Cool. Ich habe ein sehr unbottes Gefühl. 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 Da ist ein Zeug hier. Vielleicht reichen wir uns das Level, um dann unseren Eingeladen zu eröffnen, was ich euch gezeigt habe. Dass wir da so eine Handelsstation nicht bauen könnten. Aber ich glaube, wir schauen uns noch weiter hier um. 3mm hat aber keine Zeit gehabt. 10mm. Hey, lass dich durch. Ah, ja. 1mm. 2mm. 2mm. 4mm. 1mm. 2mm. Ich weiß noch nicht, was ich weiß noch nicht. Super-duper-Markt! Ja, das ist super-duper-Markt! Auf zum super-duper-Markt! Gucken wir mal nach, was da ist! Dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün! Ja! Ja! Das ist gerade ein Gude! Ja! Aber! Wollen wir mal sehen, was wir so machen! Also! Der Eintgeraden! Super-Super-Markt! Werden wir sich in den Rücken noch mal angucken! Also, ich hoffe, der Part hat euch gefallen! Mal die Gude und die Späne und die Späne! Aber gut, wie gesagt! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Und es ist schon ein Kutterfahrt! Aber! Wir haben hier noch ein Kutterfahrt ab und zuvor! Geh leid! Schauen wir mal! 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 Schauen wir mal!